Der 813 Euro Regelsatz für Bürgergeldempfänger ab 2024, so hoch müsste der Regelsatz tatsächlich sein, um gegen Altersarmut zu schützen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur teilweise Verfassungswidrigkeit des Bundeshaushaltes der Bundesregierung ist ja eine Irrsinnsdiskussion um Einsparungen losgegangen. Denn unter anderem hat es auch Forderungen oder gibt es auch Forderungen, dass die Regelsatzerhöhung beim Bürgergeld ab 2024 wieder rückgängig gemacht werden soll oder zum Teil rückgängig gemacht werden soll. 12% Erhöhung, das geht überhaupt nicht, so die Forderungen zum Teil auch von der FDP, aber auch von vielen Kreisen in der CDU, CSU und anderen Leuten, die hier in Deutschland diesbezüglich eine gewisse Meinungsdeutung oder Hoheit haben. Ja, ich habe in der, Sie wissen ja, ich bin Rentenberater, Rechtsanwalt, aber auch Anwalt für Sozialrecht in meiner oder in unserer Praxis in Halle, bearbeiten wir nicht nur Rentenfälle, sondern ab und zu mal auch Fälle, wo es um Hartz-IV-Bürgergeld geht. Und gehen Sie bitte davon aus, dass die Leute, die zu uns kommen mit Bürgergeld oder mit Hartz-IV-Bezug letzten Endes sich das nicht ausgesucht haben. Das sind Menschen, die von persönlichen Schicksalen getroffen sind, Krankheit, Scheidung, aber auch, man möge darüber bitte nicht schmunzeln, das finde ich ist ein unerträglicher Zustand. Und Frauen, die mehrere Kinder haben, geboren haben, erziehen, deshalb ihre Jobs verloren haben, sind in das Bürgergeld reingerutscht. Und das, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist für ein solches Land, wie wir es haben in Deutschland, einfach nur noch zum Wegschämen, wenn Frauen, die wegen Geburt, Kindererziehung von Kindern, dann irgendwann mal ihren Job verlieren und Bürgergeld kassieren müssen oder zum Bürgergeld gehen und betteln müssen, dass sie hier entsprechend über die Runden kommen. Meine Damen und Herren, aber das soll es noch nicht mal gewesen sein mit meiner generellen Kritik zu dieser ganzen Diskussion. In dieser gesamten Diskussion, die wir aktuell auch mitbekommen, wird leider oft von irgendwelchen sogenannten Experten dann auch gleich erstmal gegen den Bürgergeldbezug so gewettert. Aber letzten Endes dann immer mit dem Halbsatz, naja, aber wer es dann doch benötigt, dem gönne ich es doch gern. Meine Damen und Herren, wer sowas sagt, der heuchelt letzten Endes und stellt das Bürgergeld insgesamt in Frage. Ich gehe immer davon aus, allen uns muss bewusst sein, dass wir eine Verfassung haben, dass wir ein Artikel 1 Grundgesetz haben und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, dass wir ganz schlaue Leute haben, die in Karlsruhe sitzen, nämlich beim Bundesverfassungsgericht und die hier die entsprechende Existenzsicherung Bürgergeld festgeschrieben haben. Das heißt also, aktuelle Politik und alle diejenigen, die jetzt gegen die Bürgergelderhöhung im Jahr 2024 sich aufregen, sollten einfach mal die entsprechenden Urteile lesen und sollten sich vielleicht auch mit den Einzelschicksalen ihrer von Bürgergeldempfängern mal auseinandersetzen, dann werden sie möglicherweise leicht verstummen. Aber ich komme mal zu dieser interessanten Forderung, die hier gestellt wird und zwar vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und da bin ich auf die Internetseite von gegen Hartz IV gekommen. Mit den Kollegen arbeite ich ab und zu mal ein bisschen zusammen. Wir machen Regenaustausch und gucken uns mal ein paar Sachen gemeinsam an. Und der Inhaber, Herr Sebastian Bertram, hat am 05.12.2023 einen hochinteressanten Beitrag hier mal reingestellt. Auf 813 Euro muss der Bürgergeldregelsatz 2024 steigen, damit Bürgergeld als Regelsatz wirklich gegen Armut schützt. Ja, das haben Forscherinnen und Forscher in einem aktuellen Gutachten der Forschungsstelle des Paritätischen Gesamtverbandes mit amtlichen Zahlen errechnet. Tatsächlich gibt es im Jahr 2024 diese Erhöhung auf 562 oder 63 Euro. Das ist allenfalls der Inflationsausgleich, aber de facto keine Erhöhung. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, gebe ich Ihnen absolut recht, das ist tatsächlich nur ein Inflationsausgleich. Und wir wissen auch, dass verschiedene andere Sozialverbände hier zum Beispiel gegen die Bürgergelderhöhung 2022 gerichtlich zu Felde ziehen. Und da bin ich schon gespannt, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagen wird. Also, der Herr Bertram hat uns hier mitgeteilt, dass die geplante Anpassung durch die Bundesregierung in einem zweistufigen Berechnungsverfahren vorgenommen worden ist. Und zwar wurden die Werte allein aus dem Mischindex berechnet, also ohne zusätzliche Fortschreibung mit 6,9 Prozent Preisentwicklung. Und dann gab es da nochmal eine Preisentwicklung, Lohnentwicklung 5,5 Prozent. Und da kam dann die Bundesregierung auf diese knapp 12 Prozent Erhöhung. Letzten Endes ergibt sich dann hier diese 12 Prozent, die es dann zum 01.01.2024 Bürgergeld gibt. Und im Übrigen ist es so, das Bürgergeld für den Januar 2024 wird Ende des Monats 20 Dezember 2023 ausgezahlt. Auch dazu habe ich schon mal eine kurze Sequenz in einem Video zu den ersten Änderungen 2024 mitgeteilt. Und der Paritätische Verband rechnet das aber ein bisschen anders. Er sagt ganz einfach, wir machen eine alternative Berechnung und sie gehen hier von veränderten Werten aus oder ganz anderen Werten aus und beziehen das nur auf die Basisfortschreibung von 2022 auf 2023. Und kommen dann zu dem Ergebnis im kompletten Rechenschritt, dass hier der Regelbedarf für einen alleinstehenden Erwachsenen in Deutschland bei 813 Euro liegen müsste, um effektiv der Altersarmut zu entgehen. Also ich kann nur sagen, Sie sehen, wie hoch die Bandbreite dessen ist, was hier an Berechnungen vorliegt. Ich denke, der Paritätische Wohlfahrtsverband, das sind keine ganz so dummen Leute, schaut da schon ganz genau hin und sagt ganz einfach, dass die Erhöhung des Bürgergelds von 502 Euro auf 563 Euro keineswegs ausreichend ist und dürfte auch und dürfte deshalb, also darf sowieso schon gar nicht ausgesetzt werden aufgrund der Haushaltskrise, sondern müsste sich eigentlich dann sogar noch auf 813 Euro erhöhen. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, der Ulrich Schneider, den wir auch ab und zu mal im Fernsehen sehen, der hat ein ganz markantes Aussehen, der kritisiert die aktuellen Überlegungen zur Kürzung des Bürgergelds und weist auf die massiven Kaufkraftverluste der Bevölkerung hin. Meine Damen und Herren, auch das ist so eine Geschichte, wo ich mir immer die Frage stelle, was soll das eigentlich? Warum soll ich Bürgergeld kürzen? Die Leute gehen doch einkaufen, die nehmen doch das Geld nicht und sparen, weil sie können es eh nicht sparen. Sie brauchen das Geld, um Essen und Trinken zu kaufen und damit gehen sie wieder in den volkswirtschaftlichen Kreislauf rein. Es wird Umsatz gemacht, die Umsatzsteuer wird von den Einkäufen sozusagen erhoben und auch die Gewinne der Unternehmen, die hier Lebensmittel zum Beispiel verkaufen, müssen ja auch versteuert werden. Also meine Damen und Herren, ich kann das alles nicht so richtig verstehen. Ich könnte auch nicht verstehen, warum man zum Beispiel Renten kürzen müsste, nur damit der Bundeshaushalt gerettet wird. Das ist völliger Blödsinn. Rentnerinnen und Rentner, über 20 Millionen in diesem Land, das sind fast 25 Prozent der Gesamtbevölkerung, tragen doch bitteschön auch zum Gesamtsteueraufkommen in Deutschland bei. Selbstverständlich, der Bürgergeldbezieher oder Bürgergeldbezieherin zahlt sicherlich keine Einkommenssteuer, aber das ist doch nicht unser Problem. Meine Damen und Herren, ich finde ein hochinteressanter Beitrag auf der Internetseite gegen Hartz IV. Sie können sich das gerne dort mal durchlesen. Ich werde den Link auch von diesem Beitrag in diesem Video hier mal veröffentlichen. Ich möchte mich beim Herrn Bertram bedanken für diesen super Beitrag. Finde ich total interessant. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von gegen Hartz IV, bitte weiterzumachen, viele gute Informationen verbreiten und den Leuten auch ein bisschen Hoffnung machen. Ich finde, Bürgergeldbezieher gehören wirklich, wenn das nicht ausgenutzt wird, das sind aber die wenigsten in Deutschland, wirklich zu den Ärmsten der Armen. Und deshalb sollte man hier ganz vorsichtig sein, die Bürgergeldbezieher gegen den Rest der Bevölkerung auszuspielen. Ich habe genügend unsinnige, dumpfe Videos dazu gesehen, die das fordern. Ich finde, das ist schlicht und ergreifend unerträglich. Meine Damen und Herren, 813 Euro Bürgergeld pro Monat. Ich finde, keine schlechte Sache. Deutschland ist ein reiches Land. Ich finde auch die Forderung der SPD, dass die Superreichen einfach mal ein bisschen abgeschöpft werden sollten, finde ich auch nicht ganz so dumm. Ich als Rechtsanwalt und Rentenberater zahle auch genügend Steuern oder zahle auch viele Steuern und beklage mich nicht darüber, sondern ich finde, dass die Reichen, die nicht wohin wissen mit ihrem Geld, ein bisschen Kohle für den Staat zahlen sollen. Und dann wird es auch den Bürgergeldempfängern in Deutschland sicher besser gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Feiern Sie im prima zweiten Advent. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine super reiches Land.